Ragi ist eh nicht da. Schade. Aus seitlich umbenanntem heißt nun Xerxes. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. RANDAL! Hat zwar eh nix gebracht, aber egal. Oh, der Punkt ist noch nicht da. Schade. Nein, ich muss mir die Käfer aufsparen. Das Eis. Warum das Eis? Da ist Eis. Ich will den Käfer dahin haben. Und einfach reigigt wieder diesen Käfer dahin haben. Verdammt, genau. Das ist epic fail gewesen. Was denn? Das heißt, ich will diesen Käfer doch nicht dahin haben. Warum nicht? Weil das jetzt vier Stück sind und die sich gleich automatisch auflösen. Ja, aber was ist da das Problem, wenn sie sich auflösen zu gut? Stimmt. Ich bin doof. Sag's mir. Ziemlich. Gib's mir. Du es. Sag mir dreckige Sachen. Oh Mann, mach ihn. Du, du, du. Oteru, alter. Oteru. Ja, man hört es schon, aber kaum. Nicht so extrem. Meine Fresse. Deine Fresse? Quabi. Was hat deine Fresse mit meinem Mikro zu tun? Ja. Ja. Iloma. 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 Was hat die Tomate? Fade. Fade. Vorher habe ich die ganze Zeit Banane gesagt, und jetzt sind wir bei Tomaten. Nachher sind wir bei Tomöpfel. Nein, keine Tomöpfel. Keine Tomöpfel, Fabi. Keine. Warum Tomöpfel? Ja? Was hast du gegen Tomöpfel? Warum Tomöpfel? Ich hab's bis heute nicht verstanden, warum Tomöpfel. Du musst mich auch nicht verstehen. Ich glaub, dich versteht eh keiner. Das Mysterium Quabi. Keiner wäre gelogen. Wieso? Wer versteht dich bitte? Ich. Ragnir. Hä? Ja, Ragnir, schlau genug um mich zu verstehen. Glaubst du so? Selber nicht. Richtig. Aber man kann's ja mal versuchen. Ja, du. Ragnir. Du verstehst ja auch nicht Ragnir, also. Vielleicht falle ich ja mal drauf rein, also ich kann's ja mal versuchen. Auf was? Ja, dass ich mich verstehe, vielleicht glaub ich's ja irgendwann mal. Glaub ich nicht. Äh. Äh. Das kann ich noch benutzen. Das heißt, wir nehmen einfach diese Rune und nehmen den Käfer und packen ihn da hin. Ja. Ach, dann machen wir das und machen Käfer. Und das und machen das da. Und dann haben wir's. Das wird wirklich eine Blume. Das wird eine Blume, ja. Das stimmt wohl. Äh. Gedacht. Ich weiß nicht. Du. Falsch. Was macht I.G. Kino? Also mit einem roten Punkt mehr. Keine Ahnung. I.G. Kien. I.G. Kien. Guck mal, warum ist ein Stein denn da nur zu total viel? Ein Stein. Jetzt ist er dir nicht mehr, schweißen. Pff. Kaputt. Ähm. Du musst mal das kaputt. Weil ich kann. Du kannst es nicht. Das ist ja meine Bestimmung. Das ist ja das Hüpfende Komma. Du. Du mich auch. Hüpfende Kommas. Wo gibt's denn sowas? Im Internet. Nein. Da gibt es keine Hüpfende Kommas. Doch, da gibt es Hüpfende Kommas. Das kannst du befreien. Das bildest du dir alles nur ein. Und warum hat er sich nicht verschieben lassen? Der ist schwul. Ähm. So. So. Jetzt haben wir das auch äh geklärt. Dann können wir weitermachen. Wie ist das jetzt? Ich bin nicht Kommas. Was? Warum ohne Kommas? Ja, richtig. Ich mach nicht Kommas. Warum magst du Kommas? Du bist ekelhaft und mach nicht Kommas. Random. Oh, guck mal. Ich hab den Stein dahin gepackt. Und der ist ja eben das aufgetaucht. Der ist eben das aufgetaucht. Da ist ein Stein. Ich lass dich mal träumen, also. Nee, lass mal. Aber da stört er mich nicht, also. So, dann machen wir. Okay. Machen wir, was der Computer will. Der Computer braucht nur Scheiße. Okay. Okay. Hast du gewonnen? Nö. Wir kriegen die Bombe. Jetzt ja. Da ist noch ein Stein. Mein Hund ist da. Mit seiner engelsgleichen Stimme. Nervt er alle Leute. Ruff. Oder Ruff. Nein. Er heult. Fieps. Gut, man kann auch Fiepsen nennen. Jetzt hat sie sich auf den Boden gelegt. Wie? Das ist ein Morse-Zeichen. Kurz, 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 lang, 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 kurz, 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 oder was? Ja. Du kennst das? Ja. Okay. Natürlich kann ich Morse-Zeichen. Nee, da muss ich dir ja nicht erklären, was ich eben gemorst hab. Nein. Gut. Alle, die es nicht verstehen, ihr könnt sie aber googlen. Vielleicht, ihr, ihr solltet es finden. Was denn? Was ich eben gesagt hab. Was hast du eben gesagt? Ich dachte, du weißt es. Nö. SOS. Na gut, das. Ja, der Teppel von Power. Das freut sich mein Hund. Das kriegt er immer mit im Tod. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Ich bin mein Fiener-Steil, guck. Hallo, Hund. Kleines Hühn hinschieren. Was denn bist du? Mein Hund kann's bei Meepoy spielen. Kann er nicht. Du hättest gern, dass das kann. Das wär so episch. Mein Hund hat's über mich angeschafft. Ein Let's Battle verloren gegen meinen Hund bei Meepoy. Das hättest du wohl gern. Was, dass ich gegen meinen Hund zu bei Meepoy verliere? Na klar. Warte, man hat nicht mehr Daumen. Ist doch egal. Ich gewinnt trotzdem, oder was? Er hat Pfoten. Ja, aber spiel mal auf dem Gamepad ohne Daumen. Er spielt halt mit Tastatur. Ja, aber... Wie so der Meepoy sagt, wenn man mit Tastatur spielt, ist man scheiße. Ja, aber nicht, wenn man einen Hund ist. Das hast du nicht gedacht. Das müssen dir unten eine Hitmetchen fügen. Außer du bist ein Hund. Die haben halt einfach nicht mitgedacht, dass ein Hund vielleicht auch mal spielt. Ja. So schlau waren die denn noch nicht, oder was? Kann sein, dass die Unterhaltung total dämlich ist und total stupide und stumm. Nein. Und behaupten sowieso. Tut, tut, tut. Kann sein, dass dieses Eisblock wegrationalisiert Dings auch Steine wegrationalisiert. Es hat scheinbar auch Steine wegrationalisiert, ja. Wegrationalisiert Dings. Ich habe nur drei gegen ihn gewonnen. Ich habe nur drei gegen ihn gewonnen. Ich habe nur drei gegen ihn. Blumen geändert. Es macht immer noch genau dasselbe. Vielleicht lädt es sich jetzt schneller auf. Zweifle ich. Mal gucken, man steht hier. Upgrade, die Rune identität. Sie löchtern drei Arten von Objekten. Drei von fünf, gar keine schlechte Bilanz. Beim nächsten Updater. Da haben wir die Blume. Dieses Artefakt ist eine Art Bild einer mysteriösen Blume. Es gibt viele Legenden, die sich um den Zweck dieses Artefakts ranken. Oh Gott, der war schlecht. Niemand weiß heute genau, was der eigentliche Zweck dieses Artefakts war. Deku? Das Artefakt wurde zerbrochen und die Teile wurden im ganzen Land zerstreut. Na dann. Hm. Es ist, wir wissen den Zweck davon nicht. Pfff. Oder was? Ähm. Wir machen hier Schluss und, äh, morgen oder so fertig. Ja. Noch was zu sagen? Nein. Noch irgendwelche letzten Worte? Okay. Quabi will nichts mehr sagen. Also, tschau Leute.